Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sims 4 Multiplayer mit Bauri und mir. Hallo! Hallöchen! So, du kannst ja mal hier aufräumen. Erika kam gerade zu Besuch und dann dachte ich so, ja, das zeige ich euch noch. Aktiv. Dann kann er mal hier aufräumen. Auch guck mal. Ja, das muss mal auf Toilette. Und Klaus möchte bestimmt... Miko geht bei mir einfach schon wieder. Wo ist denn eigentlich... Salim ist noch... Oh, Salim ist noch unterwegs. Sehr gut. Oder nicht so gut, ich weiß es nicht. Wir sind ja eigentlich zusammen hier. Film ansehen mit. Mit Erika können wir uns ja ein bisschen Filme angucken. Zusammen. Könntest du das Pärchen, das andere Pärchen, ne, und das hier da ein bisschen trainieren? Achso, du willst trainieren, denn? Ja, und mit Miko zusammen. Ich meine, zusammen kann man je nicht, ne, oder? Guck mal, wie spät es ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das so... Achso. Okay, vielleicht... Ja, okay, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geachtet. Ich glaube, du musst morgen, ja, du musst morgen auch wieder zur Arbeit. Vielleicht nicht so dolle. Ja gut, dann lieber, ja. Ja, ich weiß nicht, guck mal, sie putzt sie erst mal. Soziales Netzwerk, du könntest ja mal dein... Da kommt jemand. Warum? Weiß ich nicht, ich will gehen einfach mal. Ge weg, wir sind alle zu Hause. Was ist denn hier? Geschmeichelt. Guck mal, immer wenn jemand an der Tür klopft, kommt mein Baum und Welt. Ja. Das ist schon süß. Proste jetzt. Soziales Netzwerk. Ich wünschte, ich könnte so leicht Follower generieren. Apropos, bitte gib mir ein Follower, also bitte, es kostet nichts. Guck mal, sie ist bestimmt hergekommen wegen seiner Liebwetten. Ja, was steht sie dann hier so rum? Fröhlich vorstellen. Guck mal, schon wieder 20 Follower dazu. Ich möchte auch so... Oh, guck mal, wer da... Sie hat was gefunden! Nein! Da sind wir extra umgezogen, und dann hat sie uns gefunden. Also sie geht einfach... Hast du sie reingelassen? Ja, hast du sie reingelassen. Dann meint sie so, komm ruhig rein! Und sie denkt so, oh, schönes Outgrade. Mir gefällt die Wohnung. Wäre doch eine Schande, wenn hier etwas passiert würde. So wie früher, wo Zaline so irgendwo arbeiten gegangen ist, und dann sich so gedacht hat, ah, wenn ich alle hier umbringe, also nicht umbringe, aber so verpuscht. Ja, wenn sie auf einmal verschwinden würden, wenn sie auf einmal verschwinden würden, wie durch Zauberhand. Dann wäre die Wohnung... Also das Haus frei. Und wenn man dann irgendwo Leichen findet, dann... Ja. Ja. Ups. Denn das ist sehr günstiger, das Haus. Ach guck mal, wenn sie schon hier ist, bitten zu gehen... Warum kann ich nur bitten zu gehen? Wow. Wer kommt denn noch alles? Ja, komm rein, her rein, bitte. Komm alle rein. Wir machen hier, glaube ich, gerade irgendwie sowas wie... Guck mal, sie spioniert deinen PC aus. Vielleicht ist sie ja eine Schriftstellerin und sie will eine Idee klauen. Oh oh. Lillith ist kreativ. Aha. Guck mal, wie sie Xaliman guckt. Mein Gott. Ich finde das, was sie trägt, so schnell. Wer genau. Und blau fände ist noch schön, ne, aber... Wer von... Du hast gerade auch die mit Pink gezeigt. Nee, ich meine... Sie ja. Ach, in... Okay. Die von Pink findest du so schön? Nein. Sowas tragen die Kellnerin dann bei uns hier im chinesischen Restaurant. Ja, es tut mir leid, was rassistisch stimmt, aber das ist halt total so. Sie tragen sowas wirklich. Ich koche mal hier frittiertes Gemüse. Ja. Ja. Erika hat Salim im Platz. Gut so. Wenn die Runde gerade so schön ist, müssen wir eigentlich nicht kochen. Ich lass das einfach mal sehen, wie sie es weiterentwickelt. So. Wo ihr... Ihr seid abherrschend. Das schläft schon wieder. Ja, wir sind halt nicht mehr gewohnt, das spät nach aufzusehen. Weißt du so. Ich hab viel in den Pfützen gelernt. Geh mal hin und beschwer dich. Das kann so nicht sein. Das kann so nicht sein. Oh, ich geh auch schlafen. Ah, dafür... Ja, toll. Ich komme einfach in den Unterwäsche raus. Ja, genau. Ist Miko jetzt auch aufgewacht? Ja. Ja, toll, Miko. Ne, ist sie nicht. Hä? Doch, sie ist doch gerade vorbeigegangen in dein Zimmer. Oh. Sie macht sauber. Hahaha, was? Guck mal, wie nett sie ist. Ja, toll. Gar nicht gruselig, Miko. Gar nicht gruselig. Siehst du, ich kann nicht einschlafen. Ich hab da einen Fleck gesehen. Und der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, als ich in den Raum gegangen bin. Warte, sie geht vorbei. Achso. Ja. Weißt du, guck mal. Fremde Leute. Ach, guck mal. Super, wenn hier fremde Leute sind. Wir können dem nicht. Man kann mit Lilith gar nichts machen, ne? Ja, du kennst halt niemanden hier. Hä? Warum? Ich weiß nicht, dieser Typ. Achso. Ja, richtig. Ja, entschuldige. Hahaha. So geil, ey. So geil, ey. So geil, ey. Ich bin aufdachloser, glaub ich. So viel herumgelaufen ist. Hallo, hör mal auf. Ich bin aufdachloser. Nein. Guck mal, Miko. Weißt du, was für ein Lippen? Wie sie küssen oder halt? Wie sie wissen, was sie küssen? Weißt du? Jemand küssen. Was ist das für ein Typ? Ja, so ein Opdachloser. Der hat kein Zuhause. Der Lunge gibt die ganze Zeit schon mit. Hahaha. Wer sagt, er wäre Politiker? Ja. Polik. Dabei kann er sich noch nicht meine eigene Wohnung leisten. Und Stimmen sichern, kann er auch nicht. So geil. Spenden sammeln. Liss hat aber nicht lange geschlafen. Geh mal überall mal rum und fragt jeden, ob er diesen paar Spenden überreicht. Ja, weil sie schon mal bei uns haben mit einer... Uh, von 20 auch hier von 20 ist egal. 20.000 braucht sie. Wow. Lillith weiß nicht, was sie tun soll, weil... Oh. Sie mag die... Ja, Jaco nicht. Sie sagt sich nicht nach Knoblauch. So. Guck mal, wenn du hier... Tu immer mit deinem PC. Du bist hier ständig. Geh auch mal wegen deinem Job mal nachfragen. Klaus ist aber schon oft kokett, oder? Ja, er ist wirklich oft. Ja. Sie hat eigentlich wieder wach, wo bin ich denn jetzt? Würde er eigentlich mehr Stimmen bekommen, wenn er jede Frau ein bisschen, so ein bisschen kokett macht, also, weißt du, so ein bisschen den Liebesbalken füllen würde? Ich bin Sport machen, natürlich, mit in einer Nacht, ich glaub du tics nicht richtig. Was soll denn das? Ja, sie ist halt, sie ist zu aufgeladen, sie muss ein bisschen Dampf ablassen. Erika ist mein Zimmer, okay. Oh nein, sie wird meine Pornos sehen. Meine Sammlung. Nein, mir weg. Ich dachte, du guckst keine Pornos. Du ich auch nicht. Ja, ja, ja. Nur, ich guck sie halt nur zu wissen. Sie spielt Zins. Sie spielt Let's Dance. Nee, Zins. Ah. Delet. Selbst der Vampiren ist es jetzt schon zu spüren. Sie hat aber hohe Aufsätze, mein Gott. Hast du gesehen? Ja. Hammer. So, wir gucken mal, ob wir nicht noch mehr Spenden absagen sind. Oh, meine. Die kam es los. Ja. Das ist ja. 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 Hey ihr habt schon so viel gespendet. Oh guck mal, es hat geklappt. Schön komm, wir werden jetzt 250 spenden. Ja, 100. Guck mal Klaus flirtet mit sich selber. Soll er mal machen. Wenn ihn das glücklich macht, dann soll er mal. Es wird ja lieber Mikro Croquette machen. Obwohl, ne, sie arbeitet ja knapp. Ich versteh nicht. Was ist denn diese Anführung der Sache? Was? Ich versteh gar nicht, was du sagst. Guck mal, ich hab... Kann ich hier noch was einnehmen? Ja, spenden sammeln. Geh erstmal spenden sammeln, Mikro. Versuche. Guck mal, sie gammelt bei Salimrum, das ist eine Zeichen. Mikro gammelt jetzt auch bei Salimrum, ist das auch ein Zeichen? Aber nicht... Ja, wir wissen, warum sie da rumgammelt, wir wissen aber nicht, warum sie da rumgammelt. Ja, alles sehr verzweifelt. Aber guck mal, auch wieder 200... Oh, guck mal, was sie eingenommen hat schon. Aber wenn man bedenkt, wie viel sie noch einnehmen muss. Ja, noch hier sind tausend, Mann. Ey, wir müssen ein Nobelviertel. Oh, guck mal, ich glaub, ich hab auch die tausend eingenommen, oder? Ja. Gerade eben, ja. Oh, Mikro. Kannst du auch nur, kannst du auch 5.000 einnehmen oder so, 10.000 sofort? Nein. Das ist jetzt einfach. Ja, guck, tausend. Kannst du noch mal 1.000 versuchen? Nein. Nein. Ich weiß nicht, dann muss ich erst mal... Warte! Du musst noch mehr spenden! Was ist denn Anführerin der Sache? Oh, guck mal. Die ist hier umgezogen. So, ich will noch gucken, was das... ...mach. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt ausgelöst hat, aber... Sie ist auf jeden Fall wieder zurück im Haus, ja. Toll. Genau das, was ich wollte. Nein. Haha. Naja, aber wenn sie noch da ist, dann fragst du sie nicht mal wegen 110 Millionen. Ja, da. Schon wieder 100. Wow. Komm, weiter. Ich meine, ich weiß nicht, was sie... Wie viel Geld hat die Frau da? Ich kann sie nicht noch mal fragen. Ja, dann geht's ins Bett. Das war's dann schon. Und du, Klaus, wie wär's, wenn du auch irgendwann mal ins Bett gehen würdest? Geh ins Bett jetzt. Und wieder nicht maximiert. So, das war's denn. Wir schlafen jetzt alle und wir sehen uns morgen früh. Bis dann. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü 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 tschü. Vielen Dank.